Komm her, komm her, hab ich gesagt. Och, die sind so blöd, ne? Die sind so blöd, die Viecher. Und haben die so einen scheiß Pull-Radius. Nein. Komm doch mal her. Scheiß wie. Ja, geht doch. Und die Münze bleibt hier, bitte. Na komm. Oh, Alter, die sind so blöd. So. Oh, dieser scheiß Wind. Der geht mir so auf den Sack. Geht doch. So, nicht da runterfallen. Nicht da runterfallen. Das ist ein Safe State. Keine Lust, den ganzen Kack nochmal zu machen. So. Wo? Wo? War das knapp. War. Knapp, 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 knapp. Komm, geh da hoch, Mario. So. Goomba, du stirbst es auch. Wollens. So, 61 Münzen. Nein. Das ist ja hoch. Hallo. Sondern das. Hi, von hier aus. Geht doch. Warum habe ich jetzt weniger. Hä? Warum habe ich jetzt auf einmal weniger müssen. Oder? Ähm. Ich bin gerade verwirrt. 66 Münzen. Ach so. Ja. Ja. Frontchen. 71 Münzen haben wir jetzt. Ne? 71. So. Und da hoch mal bitte. Und ein bisschen schneller. Safe State. So. Nicht, dass ich den Jamila-Töter auszusehen. Oh. Wow. 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 Bin ich gerade falsch gelaufen oder so? Ich glaube schon. Ach, egal. Tada. Das war gerade stylisch. Irgendwie. Auch wenn es eigentlich nichts genutzt hat. Also cool. Na, 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 na. Was habe ich da drüben? Und ich bin falsch gehüpft. Ähm. Naja. Da ich geh lang. Zufälligerweise. Ja. Wow. Wow. Hahaha. Hahaha. Geil. Hahaha. Oh. Ich habe immer nur Schweineglück. Also ich habe immer nur Schweineglück. Ich habe immer nur Glück, dass ich da nicht runterfeier. Hahaha. Nein. Nein. Münzen. Danke. 75. Vielleicht kommen wir ja so genau hier runter dran. Obwohl ich es nicht glaube. Rumpf. 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 Hm. Na gucken. 85. Und mit dem. Nee. Da muss ich dann. Wah. Was zur Hölle. Was bist du denn eigentlich? Ach so. Aha. Okay. Was. Muss ich in hier. Warte mal den. Wow. Wenn ich es geschickt anstelle. Wo ist er denn? Ach da. Kann ich ihn töten und also die Münzen trotzdem einsam und den Panzer noch benutzen. Ah. Schön. So. Safe State. Als ich den Panzer verliere. Rumpf. Rumpf. Nein. Nein. Du sollst da. Rumpf. 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 Als hätte ich gerne mal die scheiß Kamera und nicht gedreht. Nein. Nimm doch mal die scheiß Kamera. Ordentlich. Mann. Nein. Wenn mir die scheiß Kamera und nicht wäre. Dann die Kacke. Oh. Nein. Naja. Ähm. So früh habe ich den Panzer nicht verloren. Nein. Kacke. Nein. Muss irgendwie gehen. Juppa. Geh da hoch. Verdammt Mario. Geh da hoch. Was heißt da hoch? Junge. Nein. Soll das gehen. Nein. Nein. Es muss doch irgendwie gehen, da hoch zu kommen. Ich habe es da auch schon mal ein Geld. Gut, da hatte ich einen Panzer dann nicht mehr, aber mh. Was heißt da hoch? Was heißt da hoch? Mario. Davon abgesehen. Ne, bekommt man da. Ansonsten. Da sind noch Münzen drauf. Ähm. Abgesehen sind oben, ist hier oben noch ein... Ah, warte, Mann. Oh, nein. Nein. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Da sind ja auch noch genug Goombas, um eine Münze zu... Äh, 100 Münzen hier zu bekommen. Da muss ich doch nicht da... Nicht da oben hin. Komm, hüpft doch hoch, Mario. Mann. Oh. Nein. Wo? Freundchen. So. Komm mal her. Scheißvieh. Ja. Wenn du mal auch nicht gepult werden würdest, ja? So. Und da ich jetzt keine Lust habe, da auf den Stich den Sternen anzusammen, schweiß ich immer ab und geh mal hier runter. So. Die würde auch noch ein Gumba, ein großer, oder? Da. Komm her. Rums. Yeah. Haha. Da, 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 da. Und eingesammelt. Da, 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 da. Hier, wir, go. Und den Kurs geklärt mit genau 100 Münzen. Kurs verlassen. Ach, ja. Wieder ein Kurs fertig. Ach, schön. So, und ich habe genug Leute aufgenommen. Ich gehe jetzt noch kurz nach oben. Wer hat oben die Tür entriegeln, die ganz nach oben führt. Ja, nämlich jetzt hier alle Kurse fertig. Finden nur noch die 14 und die 15. Dann haben wir alle Hauptkurse fertig. Na, wo eigentlich kann ich gleich oben noch den Todstern-Rensel. Dann haben wir dann 102. So, und ich habe mal schon. Na, ich bin nicht falsch gelatscht. Super. Was steht eigentlich auf dem Schild? Mal gucken. Der, der, der noch, dass wir das Spiel durch haben. Ja. Kommt, nächster Schildschild. Vorsicht, die Flüssen sind frisch gebohrt. Heißt. Gar nichts. Naja. Dieser Bug ist auch zu geil. Da, 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 da. Na, da, 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 die mystische Kraft zu stellen. Öffnet die Tür. Yay. so hier meine damen und herren hätten die tic tac trauma das nächste level und da oben hätten wir entweder erregung raserei oder bundeslevel zwei bundes level man nicht behauptet dass du eine uhr zwischen verschiedenen zeiten werden die weitere geheimnisse auch gebahrt vielleicht hilft ja auch dieser stern und wieder anstellen mehr 102 stück haben wir jetzt ach ist das nicht geil so theoretisch könnten wir jetzt schon zu pause und ihm alles auf die nase geben aber da wir das spieler in deutsch spielen macht man das auch nicht so ich stelle mich schon mal drauf da kommt so und das nächste mal sehen wir uns bei let's play super mario 64 auf wiedersehen